Die Kirche Warum? Warum? Ja warum? WALER! 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 Nein, nicht so. Nicht so. WALER! 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 Ja, wir sind eine Starke. WALER! Oh, HALS! Ja! WALER! WALER! Ja. Ja gegen uns. WALER! Oh, HALER! Oh, daPP! WALER! WALER! Aber das glaub ich dir, ich halte dir nur voll zwei, wenn es so ist, zum Glück. Wer ist der Schlüssel? Wer? Wer? Ja. Ja. Was kostbar ist der Rosenkranz? Kostbar. Der Ostklinik bestellen auch nichts, dem ist der Schade für. Wer kostet der bei dem? Bei dem schon. Guntzeit oder Achtel für. Ach so, die Arbeit? Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Ach, aber die Drecksau, die beten. Ja genau, das kann Ihnen noch euer Glück sein. Ach, aber das Ding, das gäbe Sachen. Die, die Drecksau, die das haben jene eingepflanzt. Ja, ja. Ne, man, die. Ja, ja. Ne, du wirst auch nicht sagen müssen. Ne, du wirst auch nicht sagen müssen. Ich sage, ich sage, wir weinen. Die Däute, ich sage, ja. Ja, du wirst doch nicht sagen. Ne, du wirst doch nicht sagen müssen. Oh schau, ich sage es nicht, aber ich sage es mal. So ist es nicht so. Die Däute, das ist nicht so. Jetzt müssen sie dir dreck sauber aus Witzbuschern, kapis? Noch mehr. Aber jetzt ist vor allem ein Auftrag von dir doch. Noch mehr. Aber fressen du das nicht. Noch mehr. Da ist ihr Maus. Ja, die Kirschberg muss wieder rein. Ich weiß nicht. Oh, ja, Bruder. Komm rein. Ja! Aber ich muss nicht sagen, die müssen... Oh, das ist wirklich schön. Ah! Die müssen als Frister erkennbar sein. Und zweimal, kapiert? 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 Ja! 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 Und in jäschlichen Dienst dürfen Sachen immer eitreden, wenn sie das gemacht haben. Darum! 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 Und es muss gebeten werden! Warum? 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 Ja! Nein! In den Kirchen! Und in den Familien! Und in den Familien! Und vor allem, wenn sie es jetzt scheißen. Ja! Ich bin der Rost. Ich bin der Dritte im Bunde. Noch mehr. So. Sie müssen mit in die Scheißkassette. Und zwar mit allem zu dem Scheiß. Können wir oben jetzt durchgehen. Und dann? Und dann? Dann muss er dir in Deutschland bekannt geben. Wie? Wie, 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 wie? Oder soll er schneiden? Hört den Wort? Flüsterkampferenz. Entschuldigung. Flüsterkampferenz. So, dass an die meisten Leute rankommt. Verwirrt. Noch mehr. Als Maul. Noch mehr. Wie soll er am Maul halten? Noch mehr. Noch mehr. Oh, die Schwester müsse in ihr in der Wattenskleidung gehen. Noch mehr. Nein. Noch mehr. Noch mehr. Ach. Noch mehr. Oh. Die müssen wieder auf der Kanzel drehen, dass mich geht und das Volk nicht entfüllen. Ja! Die haben das Volk nicht entfüllen. Das Volk nicht entfüllen. Die holländischen Bischof sind Ketzer. Herr Hediger. So! Die haben das Volk nicht entfüllen. Nein, noch nicht. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Bis die Pfad und heulisch. Keine Jungen. Alles klar. Alles klar. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen der Heiligkeit der Zweifaldigkeit. Im Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du musst alles sagen, was du mir zu sagen hast. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Mutter Gottes wird dich dazu zwingen. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist die Vertreibung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zwar egal, ob welchen Monat abgetrieben wird. So. Das wissen wir alle. Es ist noch nicht alles gesagt. Du musst jetzt alles sagen. Und zwar, dass die Dinge, die Embryos nicht zu Handschabenruts gelangen sind. Hä? Ja. Zeige die Wahrheit. Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Sohnes und des Sohnes und des Sohnes und des Sohnes. Im Arbeit der Lüge sage die Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ja. Aber das glaubt auch niemand. Wir können den nicht sehen. Alle Mal. Wir können den nicht sehen. Höne.